Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Verbinde uns mit Area 51 Mein Papa hat immer gesagt, dass jede Person mit den Toten sprechen kann Er machte das immer so Papa? Papa? Stella, ich komme mit Nein, du bleibst hier, bei den Professoren Wir schneiden dir die Haare und den Bart Hände weg von meinem Bart Papa, hörst du mich? Ich kann dir nicht helfen, tut mir leid, mit Toten kann man nicht reden Wer sonst auf dieser Welt Würde sie den wunderschönen Klang der Planeten hören lassen? Tito möchte wissen, wo du gerade bist Was, du reist durch den Weltraum? Und das etwa alles mit Lichtgeschwindigkeit? Ja, ich niño, es war ganz nett... Am draw an zu der Birke, der?